Was war das, was war das, was war das, was war das. Was war das, was war das, was war das, was war das. Was war das, was war das, was war das, was war das. Was war das, was war das, was war das, was war das. Was war das, was war das, was war das. Was war das, was war das, was war das. Was war das, was war das, was war das. Was war das, was war das, was war das. Was war das, was war das, was war das, was war das. Es ist der Tag, der Chulta, 1973, auf dem 11 September 11 hat die Socialisten in Chile getötet. Ich möchte ein Interview mit dir heute machen. Du bist ein Musiker und du hast in dieser Kommission teilgenommen. Ich möchte dir als Musiker, für dich den Kontext dieser historischen Prozess. Was du denkst und was du fühlst, wenn du die Songs von Violeta Padra, Victor Hara und du machst die Musik der Revolution von diesem Zeitpunkt? Was ist dein Gespräch heute für diesen Prozess? Okay, so, um, diese Songs wurden schon lange bevor ich bin. So, vielleicht werden die Leute sagen, dass es eine historische Disconnection ist. Aber die Sache ist, dass diese Songs immer so relevant sind für den Prozess, die Chile ist in derzeit. Denn diese Songs sprechen, diese Songs, über die Konstruktion eines Populärs, und die Wobei überall ein Teil von Deutschland sein können. Und wo Chile wurde ein Teil von Deutschland. Und wo wir auch die Chilien, die Einheit bedroht, von anderen Kapitalisten, wie die USA, die USA. Aber es war ein sehr, 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 sehr Projekt, was für die poor Menschen ein. Für die poor Menschen ein, für die poor Menschen ein. Für die poor Menschen ein. und auch eine Strecke der Kultur, in Musik, in Kunst, in alles. Das war das Unidad Populär, das war, und dann war das Ende. Und was wir jetzt haben, nach 30 Jahren der Diktatur, wir haben noch die Diktatur, wir haben noch die Diktatur, wegen der Constitution. Und jetzt sind wir, für den ersten Mal in 30 Jahren, für den ersten Mal in 40 Jahren, die Möglichkeit zu ändern, diese Constitution. Und ich denke, was die Unidad Populär erreicht hat, in diesem Zeitpunkt ist ziemlich relevant, was wir jetzt erreichen müssen. So, diese Songs, die Songs der Revolution, die Songs der Unidad Populär, die Songs der neuen Zeiten, und die neuen Beginnungen, Nueva Canción, oder Tanto Nuevo, sind wirklich wichtig, genau zu wissen, was wir brauchen, was wir brauchen, was wir brauchen, und was wir brauchen, und was wir brauchen, und was wir brauchen, in der Prozess, und zu sagen, wir wollen eine Veränderung in der Constitution, wir wollen, diese Constitution aus der Tinochet, und wir wollen, zusammenzubilden, eine neue Constitution, für ein neues Land, in dem alles, in dem alles, in dem alles, in dem alles, die soziale Unterschiede, nicht eigentlich eine Unterschiede. Und so, also, wir folgen, dass, 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 die Kinder und die Regime und die Städteinnen, dass wir verschwinden, die commands von den Schulen, die, die Sie sagen, dann wird das règosten auch, dass sie ambientiert werden, eine große Veränderung ist? Ich glaube, dass die Leute in Chile in die Lage sind extremst von der Form nach dem Leben, und wir haben die Chance, wegen diesem Städte-Roi-Leüfung, von den Studern, von den Pensionisten, von den Menschen, und für ihre Gesundheit, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, die Konstitution zu verändern. Wir haben niemanden, die Menschen in den Straßen zu bedanken. Ich glaube, dass die Menschen in Chile jetzt so hart sind, und diese Angst haben, und was sie wollen, und was sie brauchen, um ein glückliches Leben zu leben, um eine normale Leben mit Dignität zu leben. Ich glaube, das war das große Worte in Chile letztes Jahr. Dignität. Und ich glaube, dass wir das erreichen, dass wir unsere Konstitution ändern, und dass es ein neues Land wird. Das ist das, was wir brauchen. Endlich. Hast du eine bestimmte Worte für die internationale Solidarität, für die internationale Solidarität für dein Land? Willst du etwas sagen? Ich möchte, dass der ganze Welt die Augen in Chile stellen, und dieses Jahr, und alle, und es passiert, dass manchmal der erste Welt so selbst-centered ist, und es passiert. Und jetzt in Chile, einige sehr wichtigste Dinge, auch in Argentinien, auch in den Third World countries, gibt es so viele Dinge, die jetzt passiert. Und wir brauchen das Welt, um zu haben, für diese Bewegung. Was würde passieren, wenn, wenn, ein kranker Militärer sagen würde, und sagen, nein, ich will nicht das, und dann, wie sie alle gemacht haben, wie sie in 1973 gemacht haben. Wir können das nicht passieren. Und jetzt, ich denke, wir haben die Tools für das, weil es eine internationale Solidarität gibt, und wir haben die soziale Medien, und wir haben die Presse, die Freie Presse. Wir brauchen das, und ich glaube wirklich, in die internationale Solidarität. Danke sehr. Danke. Danke für mich. wie international Solidarität. Es geht auch in der Welt, wie in der Welt, ich folge in Latin America, ich folge andere Dinge, in den Philippinen, oder ich folge auch in der Türkei, auch in der Türkei. Es gibt wirklich, in den letzten Tagen, es gibt wirklich vieles Publikum, in der Medien, auch wegen Hungerstrikes. Es ist eine sehr unterschiedliche Tool, in der Türkei, aber sie haben irgendwie zufrieden, und die ganze Welt gehört über die Musiker. Gruppe Yorum in der Türkei. Gruppe Yorum ist eine Band, seit den 80ern, nach der Türkei, sie wurden gegen den Militärer Regime, und es ist immer noch existiert. Und sie haben auch die Musiker aus Latinamerika, und sie in der Türkei auch in der Türkei. Und sie wollten auch das Gefühl der Revolution in Latinamerika und sie zeigen, die solidarität zwischen den Menschen. Und sie sind in der Moment, eine konstant Atteck. Ich weiß nicht, ob Sie sie haben. Ich habe nicht, aber ich werde sicher schauen, sie jetzt. Weil ich weiß, die Situation in Türkei, und die Situation der Feministische Bewegung in Türkei, das war auch eine große Herausforderung, hier in Österreich. Aber ja, ich denke, jetzt, wie du erwähnt hast, natürlich, ich werde schauen. Wir hatten Konzerts, kurz vorhin, auch in Peru und in Mexiko. Wir waren dort, sie wurden inviert. Und auch in so viele Länder, in der Türkei, die 100er Konzerts gegen Konzerts in der Türkei wollen, über Europa und Berlin, und das. Also, vielleicht so, dass du sie kennenzulierst. Ja, ich werde sicher schauen. Vielen Dank. Und wir sind mit Chile, mit Latinamerika, mit Venezuela, mit Chile, mit Cuba, mit allen Ländern, die immer für ihre eigene Selbstvertretung, für ihre Freiheit, für ihre Freiheit, für ihre Freiheit. Und wir wissen, dass unsere Solidarität wird stärker. Und wir wissen, dass unsere Freiheit ist. Vielen Dank. Vielen Dank.